Was macht denn hier für einen Krach jetzt auf einmal? Ihr habt mir echt nicht zu viel versprochen heute. Ich habe schon zwei Stunden Nikoschen gemacht jetzt hier. Jetzt kommt langsam die Sonne hinten über das Haus. André, du bist ein verdammt geiler Typ. Danke gleichfalls, Dennis. Selbst in Badehose seid ihr alle echt geiler Typ. Jetzt schwulen die sich hier schon an. Na ja, wir sind schon seit drei Tagen allein. Leute, weißt du, was mir aufgefallen ist? Seit einer Stunde hat die Poolbar auf und wir haben noch nichts getrunken. Der Kasi regelt. Da hinten läuft der Kasi gerade vorbei. Ich habe hier noch hier für den hohlen Zahn habe ich noch ein, wie heißt das denn hier? Wie heißt das hier nochmal? Servessa, Junge, Servessa. Ja, aber ich kann nicht lesen, ich habe die Brille nicht an, Mann. San Miguel. Ah, ja, sag ich doch. Desperados. Was, der Sohn von Miguel oder was? Ja, ja. Der Sohn von... Kasi! Bringt noch ein Wort. Bacardi? Bacardi? Fangen wir erstmal mit einem Bier an. Ich hab noch. Ja, ich hab ja noch gar nichts gekriegt. Ich würde einen Bacardi nehmen, Bier habe ich noch. Na komm, dann bring... Und der soll mal einen Lauterbach mitbringen. Seine Geld. Wenn du rauskommst. Ja, ich weiß... Der braucht ein bisschen bisher ans Ende geschwommen. Hast du ihn mal mit dem Lauterbach gesagt? Ah, mit dem Lauterbach, Mann, Mann. Was denn? In dem Cocktail. Weck da jetzt, ihr... Weißt du? Der weiß Bescheid. Ja, ruf dem Namen ein. Ein Lauterbach, Kasi. Und in Lauterbach. Siehste? Der weiß Bescheid. Essen? Ja, und... Du warst doch eben erst beim Frühstück, ey. Ja, aber gib doch... Wie sagen die Hobbits immer, ein zweites Frühstück oder so. Wie gesagt? Ja, du kannst branchen gehen gleich. Ich hab's Frühstücken vergessen. Hier sind ja viele Ecken, wo du was zu essen kriegst. Aber wieso? Aber dafür musstest du ja auch... Ja, aber irgendeiner ist ja aufgeschlagen und hat auch Mikros hier hingehangen, oder bin ich jetzt... Ja, ja. Äh, ist wahrscheinlich... Oh Gott! Unseren Pflichten nachkommen müssen mit dem Podcast. Richtig. Das hört ja nicht auf. Selbst im Urlaub wirst du von dem verfolgt. Irgendwo wollen in Deutschland und Umgebung 10 Millionen Zuhörer nur mal wissen, was Tom und ich in dem lange angekündigten Urlaub so machen. Ja, ihr könnt ja froh sein, dass wir diese Liegen hier vorne am Pool erster Reihe bekommen haben. Wann war's denn mit dem Handtuch hier unten? 6 Uhr. Oh. Ja, aber ist ja auch gar nicht so verkehrt. Ich wach immer morgens um 6 Uhr auf im Urlaub und dann will ich ja was vom Tag haben. Ich habe mein schwarzes La Ultima-Handtuch gestern Abend bereits ausgeprägt. Gut, dass ich mir auf meinem Geburtstag im letzten Monat noch ein Handtuch gewünscht habe, wo reserviert drauf steht. Das ist eindeutiger. Weißt du, so ein La Ultima... Wie viele Sprachen steht denn da reserviert? Auf Englisch. Guck. Reserved. So. Aber wichtig ist ja, dass das da liegt, weil wenn du jetzt dein La Ultima Bestrandhandtuch da drauf legst zum reservieren, das ist ja ein geiler Merchandising-Artikel. Nachher ist der weg. Und dann ist die Liege auch wieder weg. Ja, weil ich davon ausgehe, dass unglaublich viele La Ultima-Fans mitgereist sind. Aber du kannst ja da hinten... Da guck mal, da wurde der Bademeister da hinten. Eine kleine Holzhütte da. Da kannst du dir auch Strandhandtücher ausleihen gehen. Dann brauchst du nicht dein Privates da hinzulegen morgen. Ist das eigentlich normal, dass Bademeister im Ausland grundsätzlich eine Badehose tragen, die drei Nummern zu eng ist? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Du hast recht. Das erinnert mich ein bisschen an dieses... Kennst du noch das Video von Eric Price, Call on Me? Ja, nur in Hässlichkeit, ne? Mit Haaren halt. Nee, nee. Alles okay. Alles gut. Wisst ihr, was ich so schön finde hier an dem Hotel? Dass hier der Kinderpool und die ganzen Kinder gar nicht hier sind, sondern auf der anderen Seite vom Hotel. Hier ist es so schön ruhig gerade. Aber das wird es wahrscheinlich nicht lange halten. Dieses Schild habe ich noch nie irgendwo angebracht oder gelesen. Adults Only. Das geht jetzt in meinen Lifestyle hier. Wo machst du das hin, Andi? Gehst du hier im Fitnesscenter jetzt? Moin. Gehst du hier Fitness machen? Ernsthaft. Ja, du siehst nämlich nicht fit aus. Du solltest da hin. Dann aber eine Stunde bitte, ja? Und alles. Bauch, Beine, Po. Und Cardio nicht vergessen, ne? Scheiße. Wenn du wiederkommst, sollen wir dir schon mal was zu trinken da hinstellen? Sehr klar, danach muss man ja die Arme tendieren. Ja, okay. Ich hatte fest vorgenommen, jeden Morgen ins Fitnessstudio, aber ich kann ja auch abends gehen. Das sind eigentlich die ganzen Frauen. Die sind wahrscheinlich immer noch beim Essen. Bina schnarcht da hinten. Achso. Silke hat gerade eben schon mit Kasi geschimpft, weil die denkt, er holt für sich schon Getränke. Und die Kinder sind schon auf Animation. Ja, Gott sei Dank sind die weg. Also müsste gleich, muss da hinten irgendwo richtig Disco schon abgehen. Ich weiß nicht, was die in 10 Stunden noch immer mit den Kindern machen. Die machen die ja tot, hast du gesagt. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen. Gestern war da ja schon Schaumparty oder so. Ich bin froh, dass es hier diese Adults-Zone gibt. Aber wann kommen denn die Adults? Ja, Adults heißt ja nur, das ist für Erwachsene. Du denkst ja schon wieder was ganz anderes. Ach, ich hab das jetzt irgendwie mal was anderes verändert. Nee, das ist außerhalb des Hotels, wenn du die Straße runterfährst. Da ist dann dieser Adonis-Club, da kannst du abends mal hingehen noch. Der Adonis-Club hört sich aber jetzt gay an. Wie fandet ihr gestern Abend das Essen? Das geht nicht. Das war ganz gut. Hat zweimal geschmeckt, ja. Hast du durch den Kopf gehen lassen? Durchfall schon. Montezumas Rache? Ist es schon soweit? Du sollst ja keine Eiswürfel nutzen. Ja, aber ich konnte die Finger nicht vor den Ralapeños lassen. Ein bisschen scharf gewesen. Ja, ich mag's halt. Ist ja wunderbar hier. An jeder Ecke kriegst du ja was zu fressen, an jeder Ecke gibt's was zu trinken, ist unfassbar. Sonne, guck mal da! Langsam kommt's über die Palmen da hinten hoch. Guck mal. Das ist mir erschrocken. Jetzt müssen wir aber auch. Ich hab das letzte Mal Palmen 2008 gesehen am Pazifik. Das ist lange her. Wie findest du denn so die Palmen? Wenn jetzt so leise der Wind durchraschelt. Du musst nur aufpassen. Es sterben ja mehr Menschen auf der Welt, die von einer Kokosnuss erschlagen werden, als vom Auto überfahren. Ja, hier kann ich sterben. Du musst ja aufpassen. Ich wär fein. Dann wenigstens am letzten Tag. Wenigstens am letzten Tag, nicht vorher. Du hast bezahlt, denk dran. Das Lustige ist, wir müssen am letzten Tag noch einen Podcast machen. Also wir müssen jetzt irgendwie auch noch unsere Motivation zusammenkriegen. Weg. Ich bin jahrelang fahr ich in irgendwelche Ferienhäuser. Aber du musst Frühstück machen. Hier, habt ihr eure Scheiße. Ah, da kommt der Kasi mit den Getränken. Ich hab noch immer keine Erdwelle geschickt gekriegt. Oh, komm mal du, die Uhrzeit mal machen. Wohlbekommen. Darfst du denn auch schon flinken, Kasi, oder? Nein, Silke, meine ich. Ah, Kasi, danke, hast du aufgemacht? Wie Silke fragen? Ja, ich muss denn da los. Darf der nicht? Irgendwann mit Silke fragen. Renate! Ruhe jetzt! Bist du schon durch? Nee, ich hatte Schwimmflügel. Schwimmflügel vergessen? Wieso ist jetzt Schwimmen dran oder was? Unser Wasserradio, oder? Der ist wahrscheinlich im Kids Club gewesen und durfte sonst nicht ins Wasser. Hat der das falsche Bändchen an? Ich hoffe, er ist mit seiner Tochter eingegangen. Sonst haben die ihn wieder als Perversen rausgeprüfen. Boah. So Kinder, also, tränken dann auch, wenn es schon da ist? Ja, komm. Habt ihr eigentlich Bonnecab in den Urlaub genommen auch? Ich hoffe nicht, oder? Oh ja. Ach, guck mal, was ich hier in der Strandtasche gefunden habe. Oh nein. Ein kleines rotes Paket. Domritter Bonnecab mit 45 Kräutern. Sollen wir? Habe ich eine Wagen? Ja, ich habe ein paar Kadien angebrochenes San Miguel. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Aber das wären ja dann Dreibeine, oder? Zack. Ja, dann komm. Es ist erst Tag drei. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also im Vergleich zum vorletzten Jahr, wo wir nach Malle geflogen wurden, war, also Flugkraft und Flug war diesmal... Boah. Ja, war alles eigentlich ganz schön, ne? Da klags auch daran, dass Alex und Torben nicht dabei sind. Ich weiß es nicht, aber es war... Ja gut, wenn du da vorne so eine Führerin hast, die quasi mit der Fahne vorläuft und alle zusammenhält, ist es natürlich einfach. Ja, ich wusste auch nicht, dass Alice Weidel Nebeljob noch hat, aber ja... Ja, aber Silke hatte ja die Fahne mit, die man ja immer erkennen konnte und der Blaulicht auf dem Kopf, ne? Apropos Fahne, meine Damen und Herren. Ja dann. Wir begrüßen Sie heute. Aus Gran Canaria. Ne, das mach ich gleich. Aus Gran Canaria. Wozu genau, erzähl ich gleich, weil wir müssen ja den Podcast überhaupt erst mal richtig starten. Wir liegen im Pool 6, falls uns einer besucht wird. Aber nicht so lange, ich muss noch essen, ne? Ja, du kommst doch noch zum Essen. Leckerer, äh, zimmerwarmer Bohnenkamp bei 38 Grad. Zum Wohl. Ja, sehr erfrischend. Ich hör's auch ein. Faktivist. Aber ich schwank auch. Gott sei Dank haben wir hier die, zumindest die Männer mit den grauen Haaren und den Bierbeuchen. Ja, euch meine ich. Was? Ja, nicht euch. Ach so. Die um uns herum liegen, informiert, dass wir heute hier noch ein bisschen arbeiten müssen. Ach. Die sterben auf der Strand. Also ich bin jetzt zumindest halbwegs bei Verstand. Ich wollte eigentlich den Monolog fortführen, wie unfassbar entspannt ich nach drei lausigen Tagen bin. Das Klimme ist, mir könnte nach fünf Tagen langweilig werden, also du musst mir noch ein paar Unternehmungen anbieten. Ja, hab ich sowieso vor. Oh mein, halt, stopp. Hallo, 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 hallo. Jetzt nicht wieder stressen direkt. Ich will das nur sagen, dass mir schnell langweilig wird und nicht zu entspannt bin. Du kannst doch nicht vor dem Sport essen gehen, André. Warum denn das nicht? Wir gehen jetzt gleich zum Bitchvolleyball. Zum Bitchvolleyball? Gleich ist Bitchvolleyball. Ohne Frauen? Ist das denn die Adulten? Ne, das sind doch Frauen. Aber nicht die eigenen, oder? Ich meine, ja eben. Was? Wir spielen in der Mixed Zone. Ach, wir sollen doch spielen beim Bitchvolleyball? Wir spielen Bitchvolleyball jetzt gleich, oder nicht? Du bist meine Bitch. Wir sind doch eine Mannschaft, oder nicht? Ja, ja. Wie nennen wir uns denn? Die... Die... Verlorenen... Verlorenen drei, vier. Weiß ich nicht. Müssen wir... Müssen wir noch gucken. Die Tackletransen. Warum... Wieso Transen? Weiß ich nicht. Ich meine... Bei Bitchvolleyball, und wir kommen da an, wären die Tackletransen echt nicht... Ist doch schon seltsam, hätte der Bademeister mit der zu knappen Hose aufgefallen jetzt. Jetzt willst du uns doch noch Tackletransen nehmen. Ich bin halt ohne Frau gefahren, äh, geflogen. Wir sind doch genug. Ich hab auch Gefühle. Ja. Sag nur Adonis Club, geh da rein. Ja? Das ist ungefähr wie der Blue Oyster, wie die Blue Oyster Bar. Wie der Blue Oyster Bar passiert, bleibt in der Blue Oyster. Ja, sag mal jetzt mal, wenn wir jetzt hier schon einen Podcast machen... Ähm, komm, ich will gleich mit euch zumindest dahin. Gleich ist es auch noch Tischtennis-Rundlauf. Ja, dann machen wir es aber offiziell. Also, Junge, was ist denn mit den... Wir haben doch noch ein paar Tage Zeit, du musst doch nicht alles an einem Tag machen. Dann pass auf, wir haben das hier... Moment, wir haben das hier ganz klar geregelt. Es ist Bitchvolleyball, dann ist Tischtennis-Rundlauf und dann ist Party-Darts. Party-Darts? Ja, und am Nachmittag ist doch Bogenschießen. Auch noch. Ja, da müssen wir überall hin. Die Kinder haben jetzt aber bis 14 Uhr, dann müsste gleich losgehen. Disco da hinten? Ja, die können... Dann essen wir zusammen oder bleiben die weg? Die können meinetwegen essen gehen, was die wollen. Geil. Okay. Aber essen wäre schon gut, ne? Außerdem muss man ganz ehrlich sagen, der André, ich weiß nicht, er hat das bestimmt verdrängt. Aber ich bin mit dem André ja schon mal im Urlaub gewesen. Das hätte ich auch verdrängt. Auf Ibiza, vor zwei Jahrzehnten. Mhm. Da hattest du aber noch eine Leopardin-Unterfose. Und da hat der André nämlich noch Animation mitgemacht. Und da ist er quasi der König des Hotels geworden. Das Hotel hieß Stella Maris und er ist Mr. Stella Maris geworden. Oh yeah. Aber du weißt, zwei Jahrzehnte können viel verändern. Ja, inzwischen ist er hauptberuflicher Animateur, was sollte er sich noch animieren lassen? Ja, aber pass auf, wir müssen doch, wenn wir doch schon hier sind, dann müssen wir doch da mitmachen, damit wir auch diese Urkunden bekommen. Dann werden wir doch abends bei der Abendanimation nach der Mini-Disco, werden wir doch geehrt. Aber erst die Pflicht, dann das Vergnügen. Ja, ja, dann komm, dann reißen wir den Podcast jetzt runter. Zu sagen, so wir haben die Cis-Männer hier, die uns umgeben, schon informiert, dass wir hier berühmte, berühmte Social-Media-Menschen aus Deutschland sind. Wir müssen mit dem Podcast starten. Ich weiß, das Raunen ist groß, die wollen ihre Ruhe haben, aber wenigstens sind keine Kinder hier. Also, ich feuere euch jetzt einfach mal das Ding ab. Tut mir leid, Leute, ne? Ihr macht doch eh was, ihr wollt. Herzlich willkommen zum Rockhütten-Podcast! Das dauert aber auch. Silke, kannst du mir, während wir jetzt hier quatschen, vielleicht den Rücken einkremen? Dann geh dir noch mal die Zehen, Nägel. Da steht der drauf, dann passt auch Deckel dran. Ich hab quasi gefragt. Ja, von mir. Also, meine Lieben, herzlich willkommen am Pool in Maspalomas auf Gran Cana. So ist das richtig gesagt. Im La Princes oder so Hotel. Ich weiß, Hauptsache ich bin da. Maspalomas Princes, sag ich doch. Aber es gibt zwei. Ich bin Gott sei Dank mit euch gefahren, ich wäre jetzt im Falschen gefahren. Heute Episode 198 zu unserem Urlaubs-Sommer-Haste-nicht-Gesehen-Special. Wir haben es wahrgemacht, Tom und ich. Also, noch mehr. Aber Tom hat es ja angekündigt, dass er mich mit in den Urlaub nimmt. Und der André ist da. Und Andi läuft irgendwo rum. Kasi, Silke, die Kinder, Frauen, alle am 19.08.24. Und wir machen, weil wir es einfach so gewohnt sind, dass ihr jede Woche eine Scheiß-Episode bekommt, ein Podcast, obwohl ich eigentlich viel lieber mit euch trinken und liegen und schlafen. Wir können ja während des Podcastes trinken und nicht mit euch schlafen. Ja, willst du nicht mal, bevor wir jetzt hier starten, noch irgendwas zu trinken holen? Ja, soll ich immer noch mal so ein Stadrester holen? Der Kasi ist hier abgehauen. Hast du den Bacardi schon weg? Ja, da war ja nichts drin, nur für einen hohlen Zahn. Dann bring mal drei Kannen Bier mit und ich nehme auch noch mal so einen Lauterbach und ihr noch. Ich hätte jetzt gern Kaffee noch. Was, jetzt schon? Ah, Kaffee. Ihr ist mein erster. Du willst einen San Miguel? Ich geh mal eben San Miguel zu holen. Du willst einen San Miguel? Der geht ja wenigstens. Pass auf, geh da vorne. Äh, André. Geh da vorne. Den habe ich gestern schon bestochen. Geh zu Roche. Da hinten ist Roche. Du kannst doch hier Roche auch. Ja, aber auch Roche für einen Fünfer. Steckst dem Fünfer zu, Roche macht dir eine gute Mische. Keine All-Inclusive, der macht dir eine richtige Mische. Wir geben auch nicht jeden Tag so Knallgas jetzt, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Doch, hier jeden Tag Knallgas. 10 Uhr macht die Pulver auf. Oh weh, du bist um 10 Uhr noch nicht am Pool. Ich bin aber dafür echt nur aus dem Bett gekommen bisher. Was ist das? Also, muss ich sagen, also die Luft hier, das Klima. Das ist toll, ne? Ja, das ist ja für alte Menschen und Raucher. Ah, André. Geil, der hat aber zu saufen mitgebracht. Guck mal. Sehr schön. Danke. Toll. Was für ein Service. Dann knall dich mal wieder in die Sonne rein. Nein, aber das ist ja extra hier diese Luft. Das Geile ist, der musste den Kaffee nicht aufwärmen. Ne? Das für Alkoholiker und Raucher ist das hier genau das Richtige. Ja. Merke ich auch. Ein Pack und Kippen für 3 Euro? Wo kriegst du das noch? Kann man nicht meckern. Ja. Ja, also wir befinden uns tatsächlich im Sommerspecial. Es ist schön, dass du dir die Zeit in deinem Urlaub nimmst, André. Die anderen wollen ja lieber hier ihrem privaten Scheiß nachgehen. Wir senden herzliche Grüße nach Deutschland zu Horst und Sorben und Alex und Jochen. Ja. Wir sind entspannt. Ich mach mir mal ein. Silke, kannst du da hinten zwischen den Schulterblättern auch ein bisschen... Silke, so weit unten sind keine Schulterblätter. Ja. Und nicht Kasi, Kasi, mal du Scherz. Ja, ne, ne, ist gut. Oh Gott. Ich verehme es jetzt. Mein Gott. Was machen wir jetzt? Ja, wir machen Premiere nach 198 Episoden heute und auch nächste Woche. Kein Was geht ab. Weil was gerade im Moment abgeht, interessiert uns einen Scheißdreck. Richtig. Wir sind im Hier und Jetzt. Wir machen Urlaub. Und wenn das in Deutschland scheiße ist, dann bleiben wir einfach hier. Und ja, wir sind ekelhafte, deutsche, mittelalte Männer, die Pauschalurlaub machen und wir genießen es. Also, worüber können wir uns denn jetzt an so einem sonnigen Morgen unterhalten? Ja, pass auf. Das kann ich euch sagen. Mir ist nämlich aufgefallen. Wir sind jetzt schon zwei Tage hier und ihr seid noch nicht einmal im Pool gewesen. Könnt ihr etwa nicht schwimmen oder was? Äh, ich war schon, aber mit den Kids hast du gleich nicht gesehen. Ja, da sind 50 Zentimeter tiefes Wasser dahinten. Deine Tochter ist was älter, du hast nicht gesehen, wie ich da durchgezogen bin. Durch die, mit denen durch die Rutschen und alles. Ich muss die auch ein bisschen bespaßen. Ich kann die nicht nur abgeben. Dafür sind doch die Animateure da, zum Abgeben. Zettel um mal als Kinderlandverschickung. Ja, trotzdem. Hallo, auf Instagram muss trotzdem Vater des Jahres. Ja, ja. Die Optik zählt. Und der André war auch noch nicht im Wasser. Ja, keine Zeit. Ich muss da liegen. Keine Zeit. Er hatte Hunger, aber er hat schon Rettungsringe. Nein, aber mir ist ja aufgefallen, es gibt ja hier verschiedene Becken, auch mit verschiedenen Tiefen. Oh ja. Ja, und da hinten ist ja auch das Freischwimmerbecken. Ja, kann ich. Da kann also nicht jeder rein, weil das ist so tief, dass man da nicht stehen kann. Da muss man schon schwimmen können. Dann kann ich nicht immer ans Becken stoßen, wa? Wie ist das denn bei euch so? Ihr seid ja jetzt schon im Mittelalter. Oder meinst du auch im Mittelalter? Nein, ihr seid ja jetzt im Mittelalter und früher in der Schule und im Kindergarten. Wann hat das denn bei euch angefangen mit Schwimmunterricht? Ähm. Spät. Bei mir spät. Es war damals bei mir in der Grundschule so, dass du in der dritten Klasse, glaube ich, Schwimmunterricht bekommen hast. Dem habe ich auch wahrgenommen. Ja, du kannst ja nicht fehlen. Ja, Moment. Ich habe da so ein Trauma. Ich fühlte mich einmal nicht so gut. Es lag aber daran, dass wieder Prüfung anstand, dass ich einfach ums Verrecken meine Seepferde nicht hinbekommen habe. Und dann habe ich tatsächlich, das habe ich nie wieder gemacht, also doch später, als ich Pubertär war, aber in der Grundschule habe ich tatsächlich geschwänzt. Ach. Ich habe nur mir selber quasi gesagt, nee, ich fühle mich heute nicht gut. Und weißt du, die anderen Kids sind zum Bus Richtung Schwimmbad und ich bin nach Hause gegangen. Weil ich fühlte mich nicht gut. Aber gerade das war doch schon immer super, wenn man dann aus der Schule in einen Bus einsteigen musste, um dann zum Schwimmbad zu fahren. Ja, eigentlich da, aber mein Trauma war, am nächsten Tag stand auf der Tafel in der Grundschule, im Klassenzimmer, über die komplette Tafel hinweg, in großen Lettern, mein Name. Und die Klassenlehrerin kam rein und schrie, Dennis Meier! Und dann habe ich mir den Anpfiff geholt, warum ich einfach unentschuldigt beim Schwimmen bin. Die haben gedacht, du wirst ertrunken und, ähm, abflussend. Weil ich geschwänzt habe, das kannte man damals nicht. Ja, ja, das macht man doch nicht. Das ist total seltsam. Also geschwänzt habe ich nie. Nie? Aber ich habe in der vierten Klasse mein Seepfältchen nachgeholt. Nicht einmal habe ich geschwänzt. Ich habe vielleicht meine Hausaufgaben nicht gemacht oder nicht selber. Aber geschwänzt habe ich nie. Aber geschwänzt habe ich nie. Ich war immer prünktlich. Warum glaube ich dir das nicht? Das ist so. Warum glaube ich dir das nicht? Aber jetzt nochmal auf das Schwimmen zurückzukommen. Hat denn von euch einer dann, äh, Schwimmen also tatsächlich dann in der Schule auch gelernt? Also ich habe es in der Schule gelernt? Ja, ich habe dann in der vierten tatsächlich das Seepfältchen nachgeholt und später zumindest bis zum Bronzeabzeichen geschafft. Bis zum Bronze? Also Seepfältchen Bronze? Ja. Ich möchte auch meinen, auch wenn ich kein Schwimmabzeichen mehr gemacht habe, aber dass ich ganz gut schwimmen und tauchen kann. Das kannst du mir ja gleich mal zeigen. André, was hast du denn für Abzeichen? Ich habe es bis Gold und einen Rettungsschwimmer. Ich auch. Ich habe auch den Rettungsschwimmer. Und Seepfältchen hatte ich... Was denn Rettungsschwimmer gemacht? Boah, mussten wir ja nicht. In Klamotten und so? Vor dem Programm. Stell dir vor, du musst so einen hier, ja sorry. Du musst so einen hier rausziehen. Ja, schieb den Ball. Leck mich da zurück ins Meer. Nein, aber das ist ja ganz interessant. Also ich weiß ja, also heutzutage gibt es ja wirklich viele Menschen, die gar nicht schwimmen können, weil sie es gar nicht gelernt haben. Früher, sag ich mal so in den 80er Jahren und 90er Jahren, wurde da glaube ich noch stark Wert draufgegeben. Das hat sich aber auch wirklich geändert. Ich habe... Also in der Schule wird das, dass die ein Schwimmabzeichen haben, ja inzwischen vorausgesetzt. Sie machen es nicht in der Schule, es wird vorausgesetzt. Was ich auch okay finde. Nur du hast das ja damals teilweise in der Schule gelernt. Und bei meinen Kids war das so, du musst es tatsächlich und dann kriegst du die kaum, weil die haben nicht genug Personal, in Kurse einbuchen. Die kostet, je nachdem wo du gelandet bist, teilweise ein Schweinegeld. Und du musst es überhaupt erstmal einkriegen, wo du zeitlich auch kannst, damit die es schaffen schwimmen zu lernen. Aber dass immer mehr Kinder nicht schwimmen können. Ich habe schon meinen Vater beigebracht. Ich hatte es schon in der Schule. Reingeworfen einfach. Ja. Also der kann schwimmen scheiße. Guck wie der klarkommt. Ja. Nein, Mist, der schwimmt. Also wir haben, wir haben in der Schule, habe ich auch Seepferdchen Bronze und dann später in meinem früheren Berufsleben haben wir dann die anderen Abzeichen gemacht bis zum Rettungsschwimmer. Ja, zeig mal. Aber nicht vom Becken ran pinkeln. Ganz langsam, ganz langsam. Du weißt, der Kopf ist oben, der muss jetzt runter. Ab. Sehr elegant. Ich sag mal, ein bisschen weniger eine B-Note beim Reinfallen, aber sonst. Hätten wir nicht sagen können, dass das hier so 80 Zentimeter tief ist. Davon habe ich ja eben gesprochen. Ja, aber da ist ja die Kunst, vorher wieder aufzutauchen. Jetzt bist du schön aufgeschlagen, oder? Au. Wenn du jetzt an die Schürfwunden deiner Brust gleich Sonnenmilch dran machst. Oder mach eine Arschbombe, dann ist auf beiden Seiten was. Ah, da ist er wieder. Schön. War gut? So nass war ich das letzte Mal bei meiner Geburt. Zumindest kannst du jetzt Luft trocknen. Aber ich bin wieder wach. Was ich übrigens immer geil fand, als Kind fand ich immer fantastisch diese Schwimmbecken, die man dann tiefer machen konnte, die man per Knopfdruck quasi tiefer oder flacher macht. Oder ein Wellenbad. Ein Wellenbad war auch toll. Ganz toll. Boah. Da hat man immer gedacht, wenn man jetzt ganz nah hinten an die Wellenmaschine schwimmt, dann wird man da nachher eingesogen und ist weg. Ja. Und? Nie passiert. Nie passiert. Aber ich wollte euch mal erzählen, was man denn eigentlich so alles machen muss, um überhaupt so ein Abzeichen zu bekommen. nicht ertrinken. Wisst ihr das noch, was man beim Seepferdchen... Was der Frühschwimmer? Warte, warte, warte. Was muss man beim Seepferdchen alles machen? Aber dann bist du... Dann gehst du noch nicht als schwimmert. Du musst ja also theoretisch schon eine praktische Prüfung machen. Du musst auf jeden Fall einen Ring... Musst du hochholen. ... aus... kurz... Also aus wenig. Ich glaube aus dem nicht so tiefen. Ich weiß halt nicht, wie tief. Also einen Ring musst du hochholen, ja. Und du musst zwei oder vier Bahnen... Kommt drauf an, wie groß das Schwimmbad ist, ne? Hier stand... Eine Bahn ist doch normal. Also 25. 25 normal, ne? Aber ich weiß es nicht mehr. Also... Beim Seepferdchen... Ja. Da muss man einmal die Baderegeln kennen. Die werden abgefragt. Ja, stimmt. Wüsst ihr die noch? Nein. Mir würde auch jeder jetzt den Führerschein wegnehmen. Nicht mit Fußpilz ins Becken. Ja. Nur mit Wittburger Pils. Die fand ich übrigens auch geil, diese Düsen früher im Schwimmbad, wo man dann den Fuß drunter halten musste. Oben drückst du da auf so einen Knopf, und unten kam dann so eine Flüssigkeit raus. Ja. Schaumiges Wasser. Gibt's das eigentlich heute? Hab ich ja nie mehr gesehen in Schwimmbädern. Ja, nicht mehr so oft in Schwimmbädern. Ne, die haben in den meisten Schwimmbädern die Düsen abgeschafft, weil immer die mittelalten Männer davor standen. Also... Auf jeden Fall... Kenntnis der Baderegeln. Lass uns mal im theoretischen Teil. Hast du gerade die Flöte vor der Düse? Ja, was ist das denn da? Der praktische Prüfungsteil besteht dadurch ein Sprung vom Becken ran, mit anschließenden 25 Meter Schwimmen in einer Schwimmart in Bauch- oder Rückenlage. So viel? Und mit der Bauchlage muss man erkennbar ins Wasser ausatmen. Also nicht dieses, wie die Omas mit den Gummibadekappen, wo die Blümchen drauf sind oberhalb. Beim Seepferdchen schon? Ja, Seepferdchen erkennbar im Wasser ausatmen. Also ins Wasser ausatmen. Ja, aber ist ja richtig. Aber schon mit dem Mund ausatmen, ja? Mit dem Arsch oder was? Das wäre so geil, oder? Und dann... Vorne rein, hinten raus. Das wäre so einfach. Dann das Heraufholen eines Gegenstandes mit den Händen aus schultertiefem Wasser. Schulter tief? Okay. Ja, bezüglich auf die Größe des Prüflings. Was macht denn jetzt Lillipotaner? Das ist doch überhaupt nicht richtig mehr heutzutage. Deshalb gibt es ja die Schwimmbecken, die sind an der einen Seite ganz tief und dann werden die ja flacher. Und dann geht der halt dahin, wo es so flach ist, dass der halt bis zur Schulter im Wasser steht wie bei Dennis. Aber dann können ja nicht die größeren Kinder wieder meckern bei der... bei der kleinwüchsige Klassenkamerad aus einer geringeren Tiefe den Reifen. Der geht in eine Pfütze auf dem Schulhof und holt was hoch. Für den ist das doch genauso tief zu tauchen. Der arme Kerl. So. Danach, was kam nach dem Seepferdchen? Bronze. Ja. Die theoretische Prüfung umfasst die Kenntnisse von Baderegeln. Oder? Jaja, also da ändert sich nicht. Du hast dir für deine Recherche jetzt für den Urlaub aber echt nicht viel Mühe gegeben. Also so einen Wikipedia-Artikel kann ich auch öffnen. Ja nun, was soll ich denn sonst erzählen? Erzähl weiter. Hast du nur das Handy? Die praktische Prüfung, dein Kollege. Bei einer Bronze. Jetzt könnte ich mich da noch dran erinnern. Das war hier, da hatten wir noch einen Kaiser. Weiß ich nicht. Sprung kopfwärts. Da wird es schon komplizierter. Ja, kann ich. Hast du gesehen? Ja, das sah aber ganz schwer Abzüge in der B-Note. Nur weil Teile von mir inzwischen ein bisschen hängen. Also Sprung kopfwärts vom Beckenrand und 15 Minuten schwimmen. In dieser Zeit sind mindestens 200 Meter zurückzulegen, davon 150 in Bauch- oder Rückenlage, in einer erkennbaren Schwimmart und 50 Meter in einer anderen Körperlage. Also da wird es schon ein bisschen schwieriger. Das habe ich gemacht. Die letzten 50 habe ich mich treiben lassen. Ja. Im Gesicht im Wasser. Das war einfach. Dort in die letzten 50 Meter mit Außenborder. Ja, ausatmen mit dem Hintern. Ja, so kann man auch schwimmen. Wasserleiche ist Freistil. Pass auf, geht ja doch weiter. Einmal circa zwei Meter Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Herausholen eines Gegenstandes. Und dann ein Paketsprung vom Startblock oder dem 1-Meter-Brett. Was ist ein Paketsprung? Arschbombe. Ja, sowas. Nee, Arschbombe ist Arschbombe. Moment mal. Paketsprung ist Beine anziehen und festhalten. Du Kasi. Ja. Mach doch mal einen Paketsprung. Würdest du, bevor gleich die Party da bei den Kids losgeht, eine Arschbombe bei den Kindern im Becken machen? Da ist ein Beckenblock, Lea. Ja, siehst du da, ich beende die Pfau in einem roten Schiff. Der läuft! Der läuft! Ah! Ah! An den Zwillingen vorbeigesprungen. Ah! Einmal Becken 3 wieder auffüllt! Ich glaube, der hat sich das Steißbein gebrochen. Ja, ein bisschen rot. So, jetzt wird es für den Dennis schon schwieriger, weil Silber hat er nicht. Au! Ne, haben wir nicht. Nein. Aber das können wir heute nachholen. Ja. Hat sich wehgetan. Ich kann ja mit der Uhr die Zeit schlafen. Du hast ja gesagt, dir wird irgendwann langweilig im Urlaub. Du kannst dann das Silberne Schwimmabzeichen nachholen. Das Silber Schwimmabzeichen. Ich sag dir, was du machen musst. Hier kann ich das nachholen? Ja, ich mach das. In Spanien auch das Silberne Schwimmabzeichen. Die theoretische Prüfung erfassten wieder die Kenntnisse davon Baderegeln und Verhalten zur Selbstrettung. Verhalten bei Erschöpfung. Nicht ertrinken. Lösen von Krämpfen. Über Wasser atmen. Wie löst man Krämpfe? Wenn ich das wüsste, hätte ich nachts keine Wadenkrämpfe mehr. Ich weiß es auch nicht. Steht da doch nicht bei? Nimm spontan Magnesium. Ne, das sollten wir doch mal, bevor wir es also lösen von Krämpfen, ja vielleicht. Massieren. Sich selber massieren. Ja, aber da wo der Krampf ist, nimmst du anders. So, und jetzt pass auf. Jetzt wird es interessant. Sprung kopfwärts vom Beckenrand und 20 Minuten Schwimmen. In dieser Zeit sind mindestens 400 Meter zurückzulegen. Davon 300. So lange ist das Becken doch gar nicht. Du kannst ja auch umdrehen. Und 100 Meter in der Körperlage seiner Wahl. Also wechseln. Ich bin im Urlaub. Ich hab meinen Gehörn abgeschalten. Zwei Mal circa zwei Meter Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Herausholen je eines Gegenstandes. Und zehn Meter Strecken tauchen. Jetzt würdet nämlich schon... Ja, hier. Zehn Meter. Wie weit kannst du tauchen? Zehn Meter musst du hier tauchen. Ich kann auch eine Bahn tauchen. Wenn du da draußen vom Beckenrand wohl. Das ist ja gemein. Wenn du abstößt, dann bist du ja schon fünf Meter weiter. Ja, kommt an. Das ist was anderes, wenn du springen darfst. Dürftest. Naja, gut. Naja, gut. Das können wir ja nachher mal ausprobieren. Unter Wasser ist der Widerstand größer. Machen wir gleich mal hier so einen kleinen Wettkampf. Und du siehst mir nicht aus wie ein Rochen oder sowas. Pass mal auf, was ich als kann. Ich bin eine Seerobbe, Junge. Ja, Löwe. Wie eine Seerobbe. Auch. Sprung aus drei Meter Höhe oder zwei verschiedene Sprünge. So ein Blauwahl schwimmt auch. Naja. Hier, pass auf. Sprung aus drei Meter Höhe oder zwei verschiedene Sprünge aus einem Meter Höhe. Sind wir noch bei Silber? Das ist Silber. Na immer. Der muss aber auch viel machen. Deswegen habe ich wahrscheinlich aufgehört. Da war mir zu viel. Ja, wenn du jetzt zwei Sprünge machen würdest. Ein Kopfsprung? Mhm. Salto auch? Kannst du Salto? Nee, nee. Also da... Ich neige ja seit meinem... Du weißt, bei meinem Rippenbruch, beim Paintball, ne. Ich neige zu komischen Unfällen. Und wenn ich ein Salto mache, mache ich den wahrscheinlich noch über dem Podest. Aber André, du kannst doch bestimmt Salto. Und lande genau da. Ich kann Salto, ja. 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 Ich hätte... Ich hätte einmal ne Arschbombe, nen Köpper oder ne Kerze im Angebot. Kannst du den Salto vom Beckenrand? Naja, ich brauche schon so ein... Ja? Naja. Sollen wir das gleich mal mit ner Liege imitieren? Die wir so halb über das... über das Becken und dann... Kann doch... Kasi... Kasi... Kannst du ne Liege so halten, dass sie... Kasi... 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 Der Mann ist nur am Rennen. Hör mal, der hält sich auch mal in den Streit. Weißt du, die Silke kreicht da nur rum. Ich glaube, wir können uns nachher richtig was anhören, ey. Ja, das ist unfassbar. So, Gold. Ja, dann bin ich raus. Finde ich auch übertrieben. Wieso? Ja, man... Es muss nicht immer Gold sein. Dann hast du Gold. Dann hast du... Wir haben 2024. Wir leben in Zeiten, wo die Kinder bei den Bundesjugendspielen nur eine Teilnehmerurkunde kriegen, weil jeder ist ein Gewinner. Ja, was soll Gold? Aber du hast dir doch so ne schöne... Das waren andere Zeiten. Du hast dir doch so ne schöne Speedo-Badehose gekauft. Wenn wir doch jetzt... Nein, die habe ich mir nicht gekauft. Die habe ich von André gelingen, weil mein großartiger Ganzkörper-Badeanzug mit Totenköpfen von New Yorker leider in der Wäsche ist. Ja, aber der wird dir die ja wahrscheinlich überlassen, weil der möchte die jetzt bestimmt nicht nochmal anziehen. Ich habe mich vorher rasiert. Aber wenn du jetzt in den Urlaubstagen noch Silber und Gold machst, dann können wir dir die Abzeichen noch auf die Badehose nähen lassen und du kannst ganz stolz hier noch am Pool vorbei flanieren. Das Problem ist, die Abzeichen hier nimmt Hoche ab. Und wenn ich dem 5 Euro gebe, habe ich auch Gold unten im Bacardi mit Extraschuss. Also halten wir fest, man muss bei Gold mehr machen. Und das solltest du dir jetzt ganz genau... Och, aber was kostet Gold? Nein. Das solltest du jetzt ganz genau... Nicht Tequila! Ich wusste das gar nicht, dass man das bei Gold noch machen muss. Also wir haben ja Gold. Ja, ja. Pass auf. Theoretische Prüfung. Und fasst die Kenntnisse der Baderegeln. Ist schon klar. Sowie von der Hilfe bei Badeboots und Eisumfällen. Das wusste ich auch nicht mehr. Sind wir schon bei Schneetauchern. Das heißt, wenn einer im Eis einbricht, dir die Nummer an das Eisloch ranrobben. Ja. Und so Sachen, ne? Aber das musst du ja auch nicht mehr. Dann zahlt die DLRG einmal so einen Kurs zu den Inuit. Und dann machst du das mal eben. Dann machst du das mal eine Runde. Und jetzt kommst, wenn du dann die praktische Prüfung machst. Jetzt, ne? Jetzt geht's los. Da ging's auch damals los. Sprung kopfwärts vom Beckenrand und 30 Minuten schwimmen. In dieser Zeit sind mindestens 800 Meter zurück. So liegen davon 650. Ja, ich hab richtig Hunger. Da bist ja richtiger Zeitrausch. Boah, und dann hier. Sollen wir einen goldenen Tequila trinken? Entschuldigung. Bitte? Ich frag vorher nochmal. Wo gehen wir heute essen? Jetzt sind wir bei den Baderegeln. Wir machen die Baderegeln. Aber wir wollten auch Tequila trinken. Nicht mit vollem Bauch ins Wasser. Auch nicht. Boah, ey. Die Moralapostel dabei. Weißt du, der hat mir Rudolf versprochen. Ja, dann lies mal weiter. Und so schneller sind wir beim Essen. Mach mal. Jetzt komm, pass auf. Jetzt gehen wir mal weiter, was ihr noch gar nicht wisst. Ne, du, du. Ich will das Gold nochmal wissen. Willst du jetzt noch wissen? Ja. Also. Ein Startsprung und 25 Meter Kraul schwimmen. Ja. Und Kraul war nämlich bis jetzt noch nicht die Rede. Stimmt. Kann ich was kraulen. Dann ein Startsprung und 50 Meter Brust schwimmen in höchstens 1 Minute 15. Jetzt wird es aber schon eng. Jetzt wird es schon schneller. Da musst du schon jetzt auch eine Zeit bleiben. Mhm. Ja, hab ich keine Lust. 50 Meter Rückenschwimmen mit Grätschschwung ohne Armtätigkeit oder Rückenkraul schwimmen. Und du hast den Rettungsschwimmer gemacht. Das heißt, du hast auch Gold. Was da gleich kommt noch. Ja, ja. Das ist auch noch lustig. 10 Meter Streckentauchen aus der Schwimmlage ohne Abstoße. Ohne. Ohne. Kein Problem. 3-mal circa 2 Meter Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit herausholen je eines Gegenstandes. Innerhalb von 3 Minuten. Da ist nichts mit mal zwischendurch ein bisschen erholen und Pause machen. Podcast hören. Ja. Ein Sprung aus 3 Meter Höhe oder zwei verschiedene Sprünge aus dem 1 Meter Höhe. Das kennen wir ja schon. Und 50. Jetzt kommt es. So nämlich. 50 Meter Transportschwimmen schieben oder ziehen. Ich glaube, ich schiebe. Eine Kiste Bier quasi musst du vor dir her schieben oder hinter dir her ziehen. Darf ich die vorher austrinken? Nein. Nein, die muss voll sein. Das muss sich ja auch lohnen. Das Gewicht muss ja da sein. Es ist doch egal, ob die Kiste oder ich voll bin. Wenn die Party jetzt am anderen Uferrand ist, dann wäre es ja wichtig das zu können, damit du die Kiste auch über den See bringen kannst. Wo muss der Tom nochmal hin? Wie heißt das immer, um ans andere Ufer zu kommen? Äh. Was hat er gesagt? Äh. Was hat er gesagt? Oh Gott. Sowieso Bar, ne? Blue Oyster Bar. Blue Oyster Bar, ja. Das ist auch am anderen Ufer. Adonis Bar. Adonis. Sag ich doch. Wisst ihr was das Totenkopf-Schwimmabzeichen ist? Ne. Das ist aber schon, oh, dunkle Zeit. Pirat. Ne, ne, das ist überhaupt nicht. Hätte ich auch gedacht, aber das hat überhaupt nichts mit dunkler Zeit. Es gibt tatsächlich das Totenkopf-Schwimmabzeichen. Ja, aus Romalia. Pirat. Wussten wir gar nicht, ne? Ich hätte das auch gerne gehabt, dieses Totenkopf-Schwimmabzeichen. Ja. Gibt's das denn noch? Ja, das gibt's doch. Das Totenkopf-Schwimmabzeichen besteht aus drei Stufen. Würde auf meiner Badehose nicht verbessern aussehen. Ja. Für Schwarz muss man eine Stunde lang schwimmen. Eine ganze Stunde ohne Pause. Ouch. Wenn man anderthalb Stunden schafft, erhält man die silberne Auszeichnung und Gold winkt nach zwei Stunden Schwimmen. Ohne Pause oder kann ich das die Woche über machen? Ohne Pause. Ohne Pause. Quasi im Becken immer im Kreis. Du darfst auch nicht mal zwischendurch mit der Hand am Becken fahren. Nicht mal das? Nein. Du kannst dich im Wasser festhalten. Wer schwimmt denn zwei Stunden ohne Pause? Ja, dann kriegst du Totenkopf-Abzeichen. Ja, aber warum? Ja? Okay. Mit Schwimmhilfe? Nein! Du darfst dich nur im Wasser festhalten. Ich kann mich treiben lassen. Du kannst dich treiben lassen. Aufsache, du bist zwei Stunden... Ich muss nur zwei Stunden... Nein, nein, nein. Du musst ja schon oben bleiben. Der André, der lag gestern auch total lange da rum. Und der hatte keine schwimmende Hängematte oder so. In normalem Wasser ist es ja nicht so einfach oben zu treiben. Doch. Es sei denn, man ist tot. Ja. Ja, du kriegst das hin. Wenn du im richtigen Moment... Es ist ja nur Ein- und Ausatmung. Wenn du im richtigen Moment, bevor dein Mund unter Wasser geht, leg dich auf den Rücken und dann wieder einatmest, dann bist du auch wieder oben. Ja, aber du musst trotzdem nicht irgendwie... Nutze die Lunge wie die Schwimmblase. Das geht. Ja, aber... Da kann ich gar nicht rein. Und jetzt kommt das, was der andere nicht hat. Ihr habt ja auch ein Lungenvolumen von... Das deutsche Rettungsschwimmerzeichen in Bronze. Silber und Gold haben wir auch nicht gemacht. Aber das deutsche Rettungsschwimmerzeichen in Bronze. Aber das deutsche Rettungsschwimmerzeichen in Bronze. Rettungsschwimmerzeichen überhaupt zu machen, ist zwölf Jahre. Ja? Entspricht dem International Lifesafe Federation Junior Lifesafer. Die Prüfung besteht aus einem praktischen, einem theoretischen Teil. Der ist mir viel zu engagiert hier. Viel zu verbissen. Die theoretische Prüfung umfasst den Nachweis folgender Kenntnisse. Gefahren am und im Wasser. Krokodile. Haie. Glasscherben. Spanische Galeren. Sowas. Hilfe bei Badeboots in Eisunfällen. Vermeidung von Umklammerungen. Das tut bei mir keiner. Vermeidung von Umklammerungen. Weißt du, wie du die lösen kannst? Kitzeln. Kille, 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 kille. Und du musst dem Ei in die Augen stechen. Unter welchem Arm kitzelst du ein Oktopus? Es gibt auch noch einen anderen Griff, um jemanden zu lösen. Einfach in dein Ei kneifen. Selbe Frage. In welches Ei kneifst du bei einem Oktopus? Ja, das ist wahr. Das sind Sonderfälle. Das erfährt man erst bei Silber oder bei Gold. Vermeidung, das hatten wir auch. Atmung und Blutkreislauf. Hilfe bei Verletzungen und Ertrinkungsunfällen. Hitze- und Kälteschäden. Also wenn so ein Fuß eingefroren ist und abgefallen ist. Kannst den wieder... Drannähen. Abtauen. Wie simuliert man das alles, wenn man irgendwo in Wanne-Eickel-West sein Schwimmabzeichen macht? Das gibt ja wie so Erste-Hilfe-Puppen. Ja, dann machst du den Krack mit. Wenn die genauso geil sind wie die Erste-Hilfe-Puppen beim Ersthelfer-Kurs, dann... Jetzt kommt der praktische Teil. Da siehst du mal, was wir geleistet haben. Ja, ja. Was wir sportlich waren. Wenn du das öfter wiederholst, wird es nicht besser. Doch, pass auf. Jetzt konzentrier dich. Dann hast du es geschafft. Reicht. 200 Meter schwimmen in höchstens 10 Minuten. Davon 100 Meter in Bauchlage und 100 Meter in Rückenlage mit Gretschschwung. Das ist ein Wort. Ohne Armtätigkeit. 100 Meter schwimmen in Kleidung. Höchstens 10 Minuten anschließen. Ein paar Hosen ist auch Kleidung. Anschließend im Wasser entkleiden. Das ist scheiße Schwimmen. Das musst du erst mal schaffen. Drei verschiedene Sprünge aus etwa 1 Meter Höhe. Abrenner, was auch immer das ist. Kopfsprung, Paketsprung, Startsprung oder Fußsprung. 13 Meter Streckentauchen. Schaffst du 13 Meter? Ich bin der Überzeugung ja. Ja, wir werden das sehen. Wir können das gleich mal testen hier im Becken. Zweimal Tieftauchen von der Wasseroberfläche. Einmal Kopf und einmal Fußwärts. Das ist nämlich auch schon schwerer. Mhm. Innerhalb von drei Minuten mit zweimaligem Raufholen eines 5 Kilo Tauchrings. Und nimmt mir hier so ein Ding. So ein 5 Kilo Tauchring. 5 Kilo Kollege. Uh. Dann. 50 Meter Transport schwimmen. Schieben oder ziehen. 50 Meter. Da ist er ja endlich, Andi. Ja. Und du hast hier noch gesportelt. Boah, wir haben mir leicht zuhören. Ja, puke. Diesmal mit Cardio. Wo gehst du denn gleich zuhören? Klar. Ach, aber... Apropos Essen. Du kannst jetzt doch nicht essen gehen. Wir müssen den Podcast erst zuenden machen. Aber... Am Schiff hinten gibt's Burger. Burger sind... Das gibt doch eh den ganzen Tag zu essen. Ja, aber ich... Aber jetzt... Du kannst dir doch auch von den Kindern was holen gehen lassen. Okay. Aber was gibt's denn noch? Der will, dass ich Eier knallt so unter Wasser. Dann hab ich Gold oder so. Ich verstehe das nicht. Ja, du hast es gleich geschafft. Du hast es gleich geschafft. Reserviert den Tisch schonmal 13 Leute. Ja, ich geh schonmal. Ich geh schonmal. Sechentlich etwa mit euch. Sechzehn. Sechzehn. Sechzehn Leute. Alles klar. 50 Meter schleppen mit je einer Hälfte der Strecke Kopf- oder Achselgriff. Um den Standard-Fessel schleppen. Was ist denn der Standard-Fessel-Schleppgriff? Wenn du die Arme so unter den... Unter den... Ne, das ist ja der Achselgriff. Ne, nein. Das weiß man nur, wenn man Dom und nicht Sub ist. Was? Subway? Essen? So, was? Nochmal, ich hab ja... Goll, wir haben Tom rausgebracht. Was ist der Fesselgriff? Fessel-Schleppgriff. Ja, wenn ich dem unter die Arme so mit dem greife und... Ja, mit einem Arm. Kann ich doch jetzt nicht zeigen im Podcast. Mit einem... Wer meinst du mit einem Arm? Ja. Greifst du mit einem Arm unter beide Beine und schwimmst rückwärts mit der Person weg, oder nicht? Ja, die Beine nicht, weil dann wird der untergehen. Aber du machst das schon übern... Äh, äh, hab ich Beine... Also unter beide Arme so... In Brusthöhe greifst du und ziehst den weg. Da hab ich schon zum Essen. Oh, 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 oh. Dicke, kannst du mir... Während ich jetzt die letzten Sachen hier vorlese... Vielleicht die Füße noch eincremen? Wenn du das machst... Sö mal, du hast doch auch die Kleine nicht gehört. Ja, die macht ja auch sonst die Füße. Da kann ich mir auch die Füße eincremen. Ich hab immer die Füße... Keine schönen Füße. Und wie gut Füße passieren kann. Ne, oah. Hau ab, ey! Am Schluss muss man noch eine... Hau frisch, ich geh zu dem. Seid ganz normal. Kombinierte Übungen machen, die ohne Pause in der angegebenen Reihenfolge zu erfüllen ist. Lässig. Achtung. Ja. 20 Meter Anschwimmen in Bauchlage. Was ist denn Anschwimmen? Das sind die Angrillen. Geil. Das kann ich. Hierbei etwa auf halber Strecke abtauchen auf zwei bis drei Meter Wassertiefe und herausholen eines Fünf-Kilo-Tauchrings ohne eines gleichartigen Gegenstandes. Diesen anschließend fallen lassen und das Anschwimmen fortsetzen. Bist du jetzt fertig? Nein. 20 Meter schleppen. Ist der noch immer nicht fertig da? Demonstration eines An-Land-Bringens, die wir den aus dem Becken rausholen. Und drei Minuten Vorführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Oh yeah. Jetzt sind wir aber fertig. Wie macht man damit der Herz-Lungen-Wiederbelebung? Solange du pumpst, wird da oben nichts kaputt. In welchem Rhythmus macht man das? Eigentlich egal, aber... Atemlos durch... Highway to Hell. Ja, oder? Highway to Hell finde ich immer ein bisschen makaber, aber Stayin' Alive finde ich ganz gut. Ich finde Highway to Hell ganz gut. Oder alle Lieder von Antidepressiva. Die sind auch alle in dem Rhythmus. Das ist doch super. Von wem? Als auf mich! Als auf dich! Und dann zusammen... Passt nicht, ne? So, das reicht jetzt aber auch, ne? Aber jetzt werden wir gleich nochmal machen. Nach dem Essen eine halbe Stunde warten, André. Ja, und dann? Dann darf man wieder ins Wasser. Und was machen wir dann? Dann machen wir Langstrecken-Tauchwetten wieder ab. Wer am weitesten von uns tauchen kann. Okay. Wichtige Frage, weil bis zum Essen dauert es noch ein bisschen, Andi reserviert. Aber, habt ihr auch so viel Liter Sonnenmilch mitgenommen im Koffer wie ich? Wenn ja, welche? Ja, ich hab die... Ich weiß nicht, ob meine die beste ist, weil ich muss sagen, da wo meine Tattoos sind, ist es schon ein bisschen farblich verändert. Man guckt immer die Presse, die jedes Jahr so ab Mai rausgibt, welche Sonnenmilch denn dieses Jahr die beste ist. Wird ja getestet. Ach, du hast das bestimmt geguckt, du hast ja gezeigt. Ja, dieses Jahr waren die, war die günstige von Edeka und von Aldi. Waren unter den Top-Milch Lidl? Lidl war letztes Jahr. Ich hab Nivea gekauft. Es tat Nivea. Was ist denn mit der Domritter Sonnenmilch? Die, ähm... Habt ihr getrunken bestimmt schon. Ja, aber mehr geht morgen. Also man hat ja, man hat ja festgestellt, dass diese ganzen teuren Sonnenmilch... Milchen. Milch. Was ist die Mehrzahl von Sonnenmilch? Schön. Was ist das, äh... Sonnenmilch? Die Sonnenmilch. Ich weiß... Also es gibt ja, gibt ja dann von Ombre Soler. Ja. Mmmh. Ombre. Und was weiß ich, von, von, was für Marken gibt's ja Sonnenmilch und man hat festgestellt, dass nur weil die teuer ist, die gar nicht auch die beste ist. Ach nein. Ja, 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 ja. Aber Nivea ist bestimmt gut, oder? Na, aber weiß es nicht. Da hab ich jetzt nicht... Also Nivea ist nicht... Ich geh ja, wenn dann sowieso nur die Top-3 kaufen und wenn da Edeka oder Aldi bei ist, dann... guck ich ja nicht mehr nach Nivea. Also... Oder gehst du da Rossmann einkaufen, Andre? Da bist du ein DMer. Ich geh... DMer. Andre geht, wie ich, bestimmt einkaufen Lichtschutzfaktor transparent. Was habt ihr denn für Lichtschutzfaktor eingepackt? 50. Ja. Spray oder Creme? Das ist ja das Geile. Inzwischen kriegst du ja 50er Lichtschutzfaktor als Spray und durchsichtig, ohne dass du danach so ein Panzer auf dir hast und weißt, den du abkrümeln musst, bevor dich einer für den Yeti hält. Das finde ich schon geil. Ja, aber Spray finde ich jetzt so suboptimal, weil du sprühst die Hälfte immer am Arm... Nein, das ist ja... Da ist ja ein... Wie heißt das? Ein Suspensor. Ja. Das ist ja kein Spray im Sinne von Sprühnebel. Aber du kannst es besser dosieren. Aber wichtig ist, dass ich halt nicht, weil ich bin ja so der Typ Ihre. Hier, ich hätte auch bei Braveheart in der ersten Reihe nach 5 Minuten draufgehen können. So vom Hauttypen her bin ich. Und das ist schon geil, wenn du halt nicht mit der weißen Creme im Spachtel dann auftragen. Aber du siehst ja, wie toll die Silke das auf meinem Rücken verteilt hat. Du siehst nichts. Es ist richtig einmassiert in die Haut. Doch, Silkes Handabdrücke, die sind relativ hell. Wir können ja mal mit dem Lichtschutzfaktor 50, wenn der Dennis schläft... Ich hab Urlaub! ...e Nachmittagsnickerchen macht, dann machen wir dem mit dem Lichtschutzfaktor 50 einen schönen Penis auf. Einen Riesenpimmel? Ja. Ich will doch eine geile Nummer. Jetzt schläft der bestimmt nicht mehr. Lustig, dass dir das Schotze über deinem Bauchnabel seit gestern nicht aufgefallen ist. Aber ich hab's ja auch spiegelverkehrt geschrieben. Wisst ihr denn, was diese Lichtschutzfaktoren bedeuten? Nee. Also es gibt ja Leute, die meinen, du nimmst innerhalb von 20 Minuten zweimal Lichtschutzfaktor 20 und hast dann 40. Habe ich Lichtschutzfaktor 100? Ist doch klar. Das ist ja Quatsch. Achso. Quatsch. Was bedeutet denn Lichtschutzfaktor 20, 30 oder 50? Ja, erzählst du uns wahrscheinlich jetzt. Ja, vielleicht wisst ihr das hier auch. Da muss ich schon erzählen. Ich weiß das nicht. Essen. Nein, ich weiß nur, dass du das regelmäßig machen musst und das viel mehr hilft. Wichtig ist Fläche und der Zeitraum. Aber wenn wir jetzt gleich zum Bitchvolleyball gehen. Gleichmäßige Verteilung auf der Fläche und Zeitraum. Aber das heißt nicht mehr drauf zu machen. Ja, aber guck mal, wir gehen ja gleich zum Bitchvolleyball. Da stehen wir ja da ja mindestens eine Stunde. Locker. Was nehmen wir denn dann lieber? Lichtschutzfaktor 20 oder 50? Ey, das ist geil. Wie früher hier. Bei den Kids geht los. Beilandum, Beilandum, Beilandum. Ich bin in den 90er. Du musst ja übrigens heute Abend noch den Animationstanz mitmachen. Du musst ja mit zur Mini-Disco. Wir nicht mehr. Warum muss ich da mit? Weil deine Kids bei der Mini-Disco mitmachen. Ja, warum muss ich da mit? Und die Eltern müssen dabei sein. Ach, jetzt auf einmal? Ja, bei der Mini-Disco müssen die Eltern dabei sein. Jetzt auf einmal. Na logisch. Wir so, weo, weo, que des unrequisita. Da musst du mitmachen. Dann den Club-Tanz. Beilandum ist schon klar. Wenn die gleich noch den Ketchup-Song laufen lassen, dann bin ich weg. Das kann passieren. Apropos Ketchup essen. Äh, nein. Okay. So, jetzt wird's auf dem Burger und Ketchup gleich. Ja, richtig. Und Käse. Also. Voll in der Nacht. Mal ganz kurz nur über den Lichtschutzfaktor. Lichtschutzfaktor 15 blockiert 93 Prozent der UV-B-Strahlen. Habe ich schon mal erzählt, dass meine Eltern mal ein Sonnenstudio hatten? Ich müsste eigentlich wissen, wovon du redest. Tu ich aber nicht. Lichtschutzfaktor 30 blockiert 76,7 Prozent. Der erste Teil meiner Aussage stimmt. Ja, ja. Meine Eltern hatten mal ein Sonnenstudio. Muss man denn auf der Sonnenbank auch Sonnencreme auflegen? Doch nicht. Nein. Aber du kannst ja ganz schnell den Arsch verbrennen auf der Sonnenbank. Moment, Moment, Moment. Deswegen wirst du ja vom Fachpersonal, also gibt's ja nicht mehr in dem Sinne, aber wirst du ja vom Fachpersonal im Sonnenstudio aufgrund deines Hauttypes beraten. Weil das Ziel in einem Sonnenstudio ist ja, dass du braun wirst. Deswegen ist es ja kontraproduktiv, wenn du vorher Sonnencreme aufträgst. Aber das ist ja schon wieder ein Mythos, der nicht stimmt, lieber Dennis. Du wirst doch nicht braun, wenn du Sonnencreme bist. Selbstverständlich. Ich habe übrigens ein bisschen Hunger. Ja, pass auf. Ich muss das jetzt eben noch erklären. Nicht, dass du nachher mit Rücken verbrannt zum Essen gehst. Okay. Ich bin ja geübter Sonnenanbeter. Ja? Jahrelang in der Sonne gelegen. Und es ist kack egal, ob du Sonnenschutzfaktor 30 oder 50 auflegst, braun wirst du trotzdem. Das hat damit nämlich gar nichts zu tun. Der Lichtschutzfaktor ist ja nur der hohe dazu da, um längere Zeit in der Sonne aushalten zu können, ohne den Schutz zu verlieren. Ja, was heißt hier aushalten? Ich schwitze trotzdem wie ein Schwein. Das hat ja mit Schwitzen nichts zu tun. Nur weil du die Sonnenmilch auflegst, heißt das ja nicht, dass du abbruchst. Ja, aber du hast... Dann benutze eine andere Begrifflichkeit. Ich halte es nicht länger in der Sonne raus deswegen. Nein, pass auf. Cremst du dich mit Sonnenschutzfaktor 30 ein... Also, die kriegt schon Stresspickel am Hals. Kannst du eine Stunde, sagen wir, in der Sonne bleiben? Ja? Cremst du dich mit Sonnenschutzfaktor 50 ein, kannst du zwei Stunden in der Sonne bleiben. Hat aber nichts damit zu tun, dass du nicht trotzdem braun wirst. Okay. Aber ich kann dir sagen, in der Sonnenstudio-Karriere meines jungen Lebens war da noch nie einer, der Sonnencreme aufgetragen hat. Wäre vielleicht bei dem einen oder anderen, der heute mit Lederhaut rumläuft, aber besser gewesen. Der wurde vorher nach UVA, UVB und Wattzahl beraten. Wir sind früher auch immer auf die Sonnenbank gegangen. Allkörperbräuner oder Ganzkörperbräuner. Wir sind aber nur... Kurz. ...quasi in das Geschäft reingegangen, haben uns an die Tegelkits Sekt getrunken und sind dann eine Stunde wieder gefahren. Aber wir waren auch dann auf das... Wir waren an der Sonnenbank dran. Aber wie gesagt, halt mal fest, Lichtschutzfaktor 50 war sehr gut, dass du dir das mitgebracht hast. Ja, muss bei mir. Und auch für die Kids? Ja, die sowieso. Alle zweieinhalb Stunden neu auftragen, damit es kein Hautweilen nämlich fünfmal in der Jugend starken Sonnenbrand erhöht den Hautkrebsfaktor um 50%. Ja, weiß ich. Ich muss immer zur Vorsorge. Siehst du? Mhm. Und das wollen wir ja nicht. Mein Eltern war da scheißegal damals. Wir wollen ja nicht, dass du uns hier ja nur auseinanderfällst jetzt. Nö, mir. Das ist prima. Ich bin so hart vom Urlaub. So, jetzt reicht das hier mit Fakten, ey. Nach drei Tagen. Gott sei Dank ein Geschwader. Du hörst mir ja eh nichts. Schuck dir doch mal an, wie die da hinten abgehen, die ganzen... Also ich wär jetzt... Da brauchen wir jetzt noch einer, dann würde ich essen gehen. Jaaa... Dann gehen wir zum Bitchvolleyball und dann können wir ja essen gehen. Guck mal, wie da die Post abgeht bei denen. Die Kinder sind schon geil drauf. Selbst deine Große macht mit. Ja, natürlich. Die kann ja auch tanzen. Also bitte, ja. Das ist schon geil. Oh... Oh, Samba! Ich hab was für ein Mixtape. Muss man denn jetzt noch viel machen? Ich will eigentlich jetzt... Ja, ich würde gerne wissen. Weil du bist... Du hast mich hier hingebracht. Ist das nicht genug Service für die Zuhörer? Du hast dafür gesorgt, dass wir hier hinkommen. Ich würde jetzt gerne wissen, wann sehe ich Wale? Wann machst du Paragliding? Was machen wir noch die nächsten Tage? Ja, ich mach den... Ich mach den Programm. Ja, was machen wir die nächsten Tage? Dann erzähl. Wir werden Paragliding auf jeden Fall machen. Silke auch? Auf jeden Fall. Paragliding ist ja das vom Berg runter, ne? Ist ja klar. Ich guck zu. Parasailing wäre das am Boot. Ich guck zu. Ne, du machst mit. Ne, ich will nur Wale sehen. Und in Zoo oder so. Du kannst ja, wenn du Parasailing machst, quasi von oben Wale sehen. Hehehe. Ne Carlin. Hehehehe. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt in das Hotel, in den obersten Stock gehe. Du hast auch nicht die Wahl. Und auf diesen Adults Only Pool geführt. Kann ich auch anziehen. Lecker, lecker, lecker. Wir werden auf jeden Fall tischtenes Rundlauf machen, ne? Ja sicher. Du musst noch hier beim, wie gesagt, angedrohten Animationstanz mitmachen für die Minidisco abends. Abends ist aber auch Bingo, oder? Und du musst dann quasi auch... Die Kinder, die machen ja hier einmal in der Woche, machen die ja auch so ein Musical für die Erwachsenen, wo aber die Eltern mitmachen müssen. Dann sowas machst du doch gerne. Hast du doch an der Ostsee auch immer gemacht. Ja das war ein Musical, nannte sich Highway to Hell. Ja. Ja. Du musst dann auch mal, wir gucken zu und trinken und du musst arbeiten. Und essen? Wie essen? Nö. Also ich finde, Essen wird überbewertet. Wir sagen. Wir haben echt noch viel vor. Ich würde aber sagen, weil wir jetzt schon die letzten Tage so gut Gas gegeben haben, ich möchte mit euch... Was mit Go-Kart fahren? Auch. Auch? Da können wir uns drüber unterhalten. Karaoke? Ich möchte mit euch am letzten Abend bitte in eine Karaoke fahren. Karaoke fahren? Da hat der Tom von erzählt. Aber muss ich da singen oder kann ich nur trinken? Du musst auch singen. Da geben wir noch einmal richtig Gas und den Flieger nüchtern wir auch. Du könntest doch hier wie früher, wo du ganz groß mit was modernen Talking nochmal singen hier. Meinst du Sherry Sherry Lady? Hier Ronny muss Cadillac. Auch. Mhm. Ich dachte, der hätte super. Ich dachte, ihm hätte ich mehr Blue Systems. Ja, er war drum was anderes. Ja, bitte. Hahaha. Jetzt übertreibt es aber da drüben. Ich würde ja noch ein Nora-Kätzchen besorgen. Na dann vielleicht. Gibt es bestimmt hinten auf dem Bazar da. So, wo ist es mal jetzt? Machen wir doch irgendwas. Bevor wir zum Essen gehen, dann lass wenigstens noch irgendwas spielen. Ich finde zu einem Urlaub, zum richtigen Urlaub gehören, dass man Spiele macht, weil man sich auch langweilt und so ein bisschen. Du langweilt? Ne, kein Stück. Ich entspanne. Ich weiß noch nicht, wie lange das anhält. Also, spielen wir noch mal? Ja, was spielen wir? Ja, warte mal. Boah, ich weiß gar nicht. Ich hab das Tablet echt nur, ich hab das überhaupt nicht vorbereitet, das scheiß Ding. Das ist nicht Kasi, das ist Hannes, den haben wir gestern kennengelernt beim Tuppenreject. Kasi ist schon zum Essen gegangen. Er ist aber genauso groß wie Kasi. Er ist schon essen? Ja, er ist groß. Ihr hört mir aber auch nicht zu. So, was spielen wir, Tom? Sollen wir noch eine Runde genial daneben spielen, wenn wir das noch gemacht haben, wo wir nicht im Urlaub waren? Mit Torbi da? Ja. Ja, komm, schaffen wir, oder? Das war doch super, oder? Ja, ich bin für gut unterstützt. Bist du kreativ, André, auch im Urlaub? André, du bist doch so ein Ratefuchs. Auch. Ne? Besser als ein Ferdi-Fuchs oder sowas. Dem kannst du kein X4U vormachen. Was ist denn? Dann spiel mal. Komm, erzähl mal was. Wie löste eine elektrische Zahnbürste im März 2020 in Bremen einen Polizeieinsatz aus? Wurde übrigens nicht erraten. Die Zahnbürste ist ins Waschbecken gefallen und hat somit extrem, aufgrund der Vibration so laute Geräusche gemacht, die sich über das Abwassersystem in die anderen Wohnungen verteilte und irgendjemand dachte nachts, scheiße, da bohrt einer, ich habe die Schnauze voll, Lärmbelästigung, ich rufe die Polizei. Nein. Ja, ich glaube eher, dass irgendeiner seinen Koffer irgendwo halt stehen lassen. Das Ding war an. Oh. Und dann... Der Koffer war an? Nein, die Zahnbürste. Ach so. Ja. Das machte komische Geräusche. Da hat man gedacht, das könnte ein USB-V sein. Ein was? Ein wer? Ein USB-V. Was ist ein USB-V? Unkonventioneller Spreng- und Brandverrichtung. Mein lieber schon. Das lernt man halt auf dem Würstchenverkäuferlehrgang. Hört sich sehr interessant an, ist aber falsch. Oh Mann. Lag ich auch falsch? Ja, aber sowas von. Okay. Darf ich nochmal? Okay. Du darfst, worauf du möchtest. 1867. Ne, das war ja 20. Pass auf. Ach so. Wie löst deine elektrische Zahnbürste im März 2020 in Bremen einen Polizeieinsatz aus? Moment. März 20 ging es richtig mit Corona los. Ja, aber... Vielleicht. Die Leute waren zu Hause. Ja, die Leute waren zu Hause. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Also die Leute waren auf jeden Fall zu Hause. Also es war nie kein Reiseverkehr. Wo wir gerade bei Verkehr sind. Vielleicht wurde diese Zahnbürste... Verkehr ist auch nicht schlecht. Vielleicht wurde diese Zahnbürste aufgrund mangelnden Verkehrs im März 2020 in einen Anus eingeführt und musste deswegen chirurgisch entfernt werden. Was jetzt? Wo ist die Polizei da? Ja, die Chirurgier... Die wurde zuerst gerufen, weil es ihm peinlich war beim Notarzt... Ach mein Gott! Ich weiß es doch gerade nicht. Also okay, wir liegen falsch. Aber... Nein. Zahnbürste oder die Frau? Oder beide? Sagen wir mal... Ihr seid ja in dem Sinne auf dem rechten Weg, dass es was mit Verkehr zu tun hat. Straßenverkehr. Nee, nee. Mit sexuellem Verkehr. Mit sexuellem Verkehr. Aber wie kann da die Zahnbürste einen Polizeieinsatz auslösen? Man hat hier im Badezimmer... Dann wäre ich ja bei Ruhestörungen. Dann habe ich ja schon ausprobiert. Also jetzt noch ein Hinweis, die Zahnbürste stand tatsächlich im Badezimmer. Ja, ich sehe wie toll das ist. Geht weiterfeiern. Wir treffen uns in 15 Minuten hinten beim Burger-Essen. Kannst du mal einen belegen? Doppelkäse. Doppelkäse drauf. Doppelkäse. Wir belegen dir keinen scheiß Burger. Die haben auch Urlaub, die Frau gestrickt scheiße. So. Was? Ja. Also wir hatten... So, also nochmal als Hinweis, die Zahnbürste stand tatsächlich im Badezimmer. Ah, es hatten wahrscheinlich welche Verkehr. Nicht im Badezimmer. Das Ding ist irgendwie... War an. Die haben dann gedacht, oh scheiße, da sind Einbrecher. Und haben eine Kriegzeuge. Falsch. Nee. Nee. Aber... Ja... Du kommst der Sache näher. Hat es auch mit einem Sexunfall zu tun? Nein. Ist keiner verletzt. Es ist keiner verletzt. War der Dentagard-Bieber daran beteiligt? Im Klattenschwanz oder was? Zahn... Zahnpasta war nicht beteiligt. Hm. Komm, jeder darf noch einmal. Ich habe den Zeiteinsatz ausgelöst. Verkehr, Geschlechtsverkehr, elektrische Zahnbürste. Na? Hm. Nein. Also es hatten zwei Verkehr... Ja. Waren die auch im Badezimmer? Nein. Also bin ich ja mit meinem Ding eben, die waren woanders. Ja, du warst ja schon auf dem richtigen Weg. Bei dem Geschlechtsakt wurde eine elektrische Zahnbürste zweckentfremdet. Nein. Die ist ja im Badezimmer. Die ist ja im Badezimmer. Die ist ja im Badezimmer. Die ist doch immer im Badezimmer. Die Zahnbürste war im Badezimmer. Die ist auch nicht weggekommen da. Aber dann fällt mir immer nur wieder ein, die haben Romier knickknackt. Soll ich euch sagen? Ja, sag. Ja. 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 Das war das Fenster des Schlafzimmers der Poppenden. Und die zwei haben gedacht, da wäre ein Spanner und das wäre das nicht von einer Kamera. Ja, leck mich. Ach, da gibt's doch nicht. Und da haben die Polizei gerufen. Richtiges Pärchen hätte gesagt, Halt drauf! Halt drauf! Nicht gut aus so! Das ist nicht schlecht, ne? Nein, da wäre ich auch nicht so... Sollen wir noch eins? Ja, komm. Was ist ein Trockenspanner? Das war der Typ, der die Kamera in Wirklichkeit im anderen Nachbarhaus weit weg von einem Badezimmer postiert hatte. Ein Trockenspanner, ja. Irgendwas, wo du Wäsche draufspannst, damit sie schneller trocken ist. Naja, sagen wir mal so, es ist wirklich was, wo man was draufspannt, um es zu trocknen, ja. Aber keine Wäsche. Aber es ist noch schon mal gut. Ich sage mal... Papier. Fell? Nein. Pergament. Fell auch nicht? Nein. Haut? Irgendwas zum Gerben, für den Gerb-Prozess? Also ich sag mal, damals, vor hunderten Jahren, wäre das unter Umständen auch vielleicht aus einer Haut gewesen. Man hat ja zum Beispiel Trommeln mit Tierhäuten gezogen. Die müssen natürlich trocken sein. Ja, gute Idee, aber auch falsch. Super, Hugo Egon. Danke. Ein Trockenspanner. Ein Trockenspanner. Ein Trockenspanner. Schade, dass wir jetzt die ganzen sexuellen Sachen rauslassen müssen. Wir sind ja schon einen Schritt weiter. Das wäre so lustig. Damals wäre es eventuell mit Haut gewesen. Trockenspanner ist der Typ da hinten, der trug den Weibern zu. Ich weiß nicht, ob das schon zu viel Information ist. Du hast doch keinen Tipp gegeben. Ja, damals ist dieses, was man da getrocknet hat, auch aus Haut, aus anderen Materialien auch noch, aber auch aus Haut gewesen. Vor hunderten von Jahren. Heute halt, da es andere Materialien gibt aus anderen. Es waren auch Trinkflaschen, Trinkbeutel aus Tierhaut. Ja, aber das ist nicht klar. Nein, nein. Hat man, nachdem man das trocken gespannt hat, da Anziehsachen draus gemacht? Nein, aber man konnte es wiederverwenden. So, jetzt haben wir genug Klopapier. Super. Hat man das um kleine Kinder gewickelt? Oder um alte Menschen? Ganz weit entfernt könnte man sagen, man hat es um kleine Kinder gewickelt. Ganz, ganz weit entfernt könnte man auch das sagen. Ja. Aber das ist zu weit hergeholt. Denk anders. Im selben Raum, wo der Trockenspanner ist, hebe ich da auch einen Teppichklopfer auf? Kann sein, wenn der da steht. Scheiße, leider hilft ja auch nicht. Trockenspanner. Ist übrigens auch nicht erraten worden. Toll! Super, sagst du jetzt? Ja, mir fällt, ob ich jetzt immer mit Leder... Das mit den kleinen Kindern waschen witzig, das macht mich gerade sehr witzig. Ist ein Trockenspanner, gegebenenfalls nichts anderes als eine kräftigere Wäscheklammer, um statt Botox für die Haut alter Leute... Heute... Naja, man hat ja schon... Man hat schon was drüber gespannt, um es zu trocknen. Ja, aber was spann' ich denn? Ich spann' eine Tierhaut. Irgendwo drüber ausgründen. Da hört's doch schon auf. Müssen wir jetzt wissen, wofür? Ist es eine Tierhaut? Nein, heute nicht mehr. Ist es eine künstliche... Ja. Ja. Oh, wir sind bei Sodomian. SM. Ist nicht dasselbe. Kann man da was mit verhüten? Ja. Ah, Couch-Fortix. Dann hat man da früher Schweinedärme drauf gespannt. Zum Beispiel auch. Aber wir gehen ja von heute aus. Okay, das ist das... Ja, ja, das ist... Heute wird das... Ja, jetzt nicht mehr heute, aber so vor 30 Jahren... Das ist das Kondom-Test-Instrument. Wieso Test? Ja, weil es ja für eine Charge die Reichsbeständigkeit des Kondom ist. Sehr interessant. Aber falsch. Ach, leck mich doch. Aber früher hätte man da zum Beispiel so einen Schweinedärmen drauf gespannt. Denn früher hat man das... Ich gebe dir den Tipp, früher hat man das gemacht, weil es... nicht so viel davon gab. Die Ressourcen waren nicht so wie heute. Du warst ja schon auf dem richtigen Weg. Ja, ich würde jetzt sagen. Du könntest jetzt auch nicht sagen, ob wir weitergekommen sind, als wir genial leben. Richtig. Das heißt, dieser Trockenspanner war dafür da, gebrauchte Kondome, nachdem die ausgewaschen wurden sind, wieder auf diesem Trockenspanner zu trocknen, damit man sie danach wieder... Alter, du hättest... Du hättest aber schon sagen können, ich bin... Ich habe es ja eigentlich erraten. Ja, du hast es erraten, herzlichen Glückwunsch. Aber das war eben sehr witzig, dass man es über kleine Kinder drüber merkt. Ja, der ist schon gut. Der war nicht schlecht. Also das Spiel macht mir immer wieder sehr viel Spaß. Nichts mal wieder mehr davon. Männer, ich möchte jetzt noch, weil da hinten Leute, die ballern da, die geilste Scheiße. Hier, Coco Jumbo gerade. Essen mit Essen. Ja, wir machen ja noch einen Song, dann können wir essen gehen. Ich will jetzt Urlaubmusik von euch. Das Rockhütte Mixtape. Dann fass ich mich kurz, die fantastischen Pian Tag am Meer. Boah, das ist aber nicht schlecht, ne? Das ist jetzt geil. Das ist gut. Ja, der ist nämlich schön chillig und ich könnte nach dem Essen... Ich hätte gerne von Helge Schneider Sommo Sonne Kaktus. Geil. Ich hätte gerne von Farin Urlaub am Strand. Dann sind wir ja durch. Dann sind wir durch. Dann können wir jetzt endlich wieder Urlaub machen. So, Essen fassen. Nein, wir fahren erst... Wir gehen erst hinten mit Volleyball. Aber... Nee, erst gehen wir essen, mein Gott. Ich hab ja Hunger. Ich brauch Energie. Heute lassen wir dann. Aber gleich hier Tischtennis-Rundlauf. Und bitte nicht nach dem Essen direkt ins Wasser. Nein, nein. Ich geh schon mal. Alles Liebe, alles Gute. Das war der Rockhütten-Podcast. Folgt uns auf allen gängigen Plattformen. Und bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns per E-Mail unter... ...podcast-at-rockhütte.com Stopp! Danke und bis zum nächsten Mal! Ja. Game over. Rockhütte, Rockhütte, alles dreht sich jetzt. Mit dem Bohlenkram, bis der Kopf sich setzt. Weil es Spaß macht, weil es uns befreit. Rockhütte Party in die Ewigkeit. Komm und tanz, im Rhythmus dieser Nacht. Lach und zähn, bis der Morgen erwacht. Mit Freunden und dem Bohnenkörb im Glas. Niebbrakt amops. Gute zu Hübe2. Tschüss auf wo? Gute zu Hübe2. Gute zu Hübe2.